18. Anna schaute in Dollys mageres, zermürbtes Gesicht mit dem Staub in den Fältchen und wollte sagen, was sie dachte, nämlich, dass Dolly abgemagert sei. Aber da ihr einfiel, dass sie selbst schöner geworden war und dass Dollys Blick ihr das sagte, seufzte sie und begann von sich zu sprechen. 19. Du schaust mich an, sagte sie, und denkst, ob ich in meiner Situation glücklich sein könne. Tja, ich schäme mich, es zu bekennen, aber ich bin unverzeihlich glücklich. Mit mir ist etwas Zauberisches geschehen, wie im Traum, wenn einem Angst und Bange wird und auf einmal wachst du auf und merkst, dass es alle diese Ängste nicht gibt. Ich bin aufgewacht. 20. Ich habe Qualvolles, Grauenhaftes durchgemacht, und jetzt bin ich schon lange besonders, seit wir hier sind. So glücklich, sagte sie und blickte mit schüchtern, fragendem Lächeln Dolly an. Wie ich mich freue, sagte Dolly lächelnd, unwillkürlich kühler, als sie wollte. Ich freue mich sehr für dich. Weshalb hast du mir nicht geschrieben? Weshalb? Weil ich es nicht gewagt habe. Vergiss meine Situation. Nicht zu schreiben gewagt mir? Wenn du wüsstest, wie ich... Ich finde ja... Darja Alexandrovna wollte ihre Gedanken vom Vormittag äußern, doch irgendwie kam ihr das jetzt unpassend vor. Im Übrigen davon später. Was sind das denn alles für Bauten? fragte sie, da sie das Thema wechseln wollte. Sie deutete auf die roten und grünen Dächer, die hinterm Grün der Akazien und Fliederhecken sichtbar waren. Wie ein eigenes Städtchen. Anna antwortete ihr aber nicht. Nein, nein, wie findest du meine Situation? Was denkst du darüber, sag, fragte sie. Ich finde, hob Darja Alexandrovna an, aber in dem Augenblick musste Basenka Wieslowski in seinem kurzen Jäckchen schwer mit seinem ganzen Gewicht aufs Wildleder des Damensattels plumpsend an ihnen vorbeigaloppieren, denn er hatte dem Kopf Rechtsgalopp beigebracht. Es klappt, Anna Arkajewna, rief er. Anna würdigte ihn keines Blickes. Wieder kam es Darja Alexandrovna ungünstig vor, in der Kaläsche dieses lange Gespräch zu beginnen. Darum kürzte sie ihren Gedanken ab. Nein, ich finde gar nichts, sagte sie, sondern habe dich immer lieb gehabt. Und wenn man liebt, liebt man den ganzen Menschen, wie er ist. Und nicht, wie ich ihn gern hätte. Anna wandte den Blick vom Gesicht der Freundin ab. Und mit zugekniffenen Augen, eine neue Angewohnheit, die Dolly nicht an ihr kannte, sann sie nach, um die Bedeutung dieser Worte ganz zu begreifen. Und als sie sie offenbar begriffen hatte, wie sie wollte, blickte sie Dolly an. Solltest du Sünden haben, sagte sie, würden sie dir alle vergeben für dein Kommen und diese Worte. Und Dolly sah, dass ihr Tränen in die Augen traten. Sie drückte Anna schweigend die Hand. Nach einer Schweigepause wiederholte sie ihre Frage. Also, was sind das für Bauten? Wie viele es sind? Das sind die Häuser der Bediensteten, das Gestüt, die Pferdeställe, antwortete Anna. Und da beginnt der Park. Alles war verwahrlost. Doch Alexei hat alles renoviert. Er liebt dieses Gut sehr und widmet sich nun, was ich nie erwartet hätte, mit Leidenschaft der Gutswirtschaft. Im Übrigen ist er so eine reiche Natur. Was er auch anpackt, alles macht er erstklassig. Er langweilt sich nicht, im Gegenteil. Er ist mit Leidenschaft bei der Sache. Ich kannte ihn anders. Doch jetzt ist er zu einem sparsamen, ausgezeichneten Gutshahn geworden. Ist beim Wirtschaft sogar geizig. Aber nur beim Wirtschaften. Wo es um Zehntausende geht, rechnet er nicht, sagte sie mit jenem frohen und gewitzten Lächeln, mit dem Frauen oft über Geheime, nur von ihnen entdeckte Eigenschaften des geliebten Mannes sprechen. Siehst du dieses große Gebäude? Das ist das neue Krankenhaus. Ich glaube, es dürfte über hunderttausend kosten. Das ist jetzt sein Steckenpferd. Und weißt du, wie es dazu kam? Die Bauern baten ihn wohl, er solle ihn Wiesen billiger überlassen. Er lehnte ab, und ich warf ihm Geiz vor. Natürlich nicht allein deshalb, aber alles zusammen. Er fing an, das Krankenhaus zu bauen, verstehst du? Um zu zeigen, wie wenig geizig er ist. Wenn du so willst, eine Kleinigkeit. Aber ich liebe ihn dafür umso mehr. Gleicher Blickst du das Haus. Es ist noch das großväterliche Haus, und es ist außen unverändert. Wie schön, sagte Dolly und blickte mit unwillkürlichem Staunen auf das wunderschöne Haus mit den Säulen, das aus dem vielfarbigen Grün der alten Parkbäume auftauchte. Schön, nicht wahr? Und aus dem Haus von oben hat man einen erstaunlichen Blick. Sie fuhren in den kiesbedeckten, mit Blumenrabatten geschmückten Hof, wo zwei Arbeiter ein umgegrabenes Beet mit unbehauenen, porösen Steinen einfaßten und hielten unter einer überdachten Einfahrt. Ah, sie sind schon da, sagte Anna mit Blick auf die Reitpferde, die gerade vom Hauseingang weggeführt wurden. Schön, dieses Pferd, nicht wahr? Es ist ein Korb. Mein Lieblingspferd. Führ's her. Gib mir Zucker. Wo ist der Graf? fragte sie die beiden Lakaien in Parade-Livray, die herausgesprungen kamen. Ah, da ist er ja. Sie hatte Wronski und Wieslowski entgegenkommen gesehen. Wo bringen Sie die Fürstin unter? fragte Wronski Anna auf Französisch. Und ohne die Antwort abzuwarten, begrüßte er noch einmal Darja Aleksandrovna und küßte ihr nun die Hand. Ich denke, im großen Balkonzimmer? Oh nein, es ist so weit weg. Besser im Eckzimmer, da treffen wir uns häufiger. Na gehen wir, sagte Anna, als sie ihrem Lieblingspferd den vom Lakaien gebrachten Zucker gegeben hatte. Und Sie vergessen Ihre Pflicht, sagte sie zu dem ebenfalls aus dem Haus gekommenen Wieslowski. Tut mir leid, ich hab die Taschen voll davon, erwiderte er lächelnd und steckte die Finger in die Westentasche. Ja, aber sie kommt zu spät, sagte sie, während sie sich mit einem Tuch die Hand abwischte, die das Pferd beim Aufnehmen des Zuckers nass gemacht hatte. Anna wandte sich an Dolly. Kommst du für lange? Für einen Tag? Das ist unmöglich. Ich habe es so versprochen, und die Kinder, sagte Dolly, die sich sehr verlegen fühlte, weil sie ihr Täschchen aus der Kaläsche nehmen musste und weil sie wusste, dass ihr Gesicht wohl sehr staubig war. Nein, Dolly, mein Herz. Wir werden ja sehen. Komm, gehen wir. Und Anna führte Dolly in ihr Zimmer. Es war nicht das Paradezimmer, das Wronski vorgeschlagen hatte, sondern eines, von dem Anna sagte, Dolly müsse entschuldigen. Auch dieses Zimmer, das eine Entschuldigung verlangte, war übervoll von einem Luxus, in dem Dolly noch nie gewohnt hatte und der sie an die besten Hotels im Ausland erinnerte. Ach, mein Herz, wie bin ich glücklich. Anna setzte sich in ihrem Reitkleid einen Augenblick neben Dolly. Erzähl mir von den Deinen. Stiva habe ich flüchtig gesehen, aber von Kindern versteht er nicht zu erzählen. Was macht Tanja, mein Liebling? Schon ein großes Mädchen, nicht? Ja, ein sehr großes, antwortete Darja Alexandrovna kurz und wunderte sich selbst, dass sie so kühl von ihren Kindern sprach. Wir haben es wunderbar bei den Lewins, fügte sie hinzu. Oh, wenn ich gewusst hätte, sagte Anna, dass du mich nicht verachtest. Ihr hättet alle zu uns kommen können. Stiva ist ja ein alter und guter Freund von Alexei, fügte sie hinzu und errötete plötzlich. Ja, aber wir haben es so gut. Erwiderte Dolly verlegen. Ja, im Übrigen vor lauter Freude rede ich dummes Zeug. Jedenfalls mein Herz. Wie ich mich freue über dich, sagte Anna und küsste sie erneut. Du hast mir noch nicht gesagt, wie und was du über mich denkst. Ich möchte jedoch alles wissen. Aber ich freue mich, dass du mich siehst, wie ich bin. Ich möchte vor allem nicht, dass man denkt, ich wollte etwas beweisen. Ich will nichts beweisen. Ich möchte einfach leben und niemandem Böses tun. Außer mir selbst. Das Recht habe ich doch, nicht wahr? Im Übrigen ist es ein langes Gespräch. Und wir werden über alles noch ausgiebig sprechen. Jetzt gehe ich mich umziehen. Und dir schicke ich die Zofe. Allein geblieben musterte Darja Aleksandrovna mit Hausfrauenblick ihr Zimmer. Alles, was sie bei der Anfahrt und beim Gang durchs Haus gesehen hatte und nun in ihrem Zimmer sah, alles machte auf sie den Eindruck von Überfluss und modischem Prunk und jenem neuen europäischen Luxus, von dem sie nur in englischen Romanen gelesen, den sie aber in Russland und auf dem Land noch nie gesehen hatte. Alles war neu, angefangen von der neuen französischen Tapete bis hin zum Teppich, mit dem das ganze Zimmer ausgelegt war. Das Bett hatte Sprungfedern und eine Matratzenauflage und ein besonderes Kopfende. Und die kleinen Kissen hatten rohseidene Bezüge. Das marmorne Waschbecken, der Toilettentisch, die Chaiselon, die Tische, die Bronzeuhr auf dem Kamin, die Vorhänge und Portieren, alles war teuer und neu. Die herausgeputzte Zofe, die modischer frisiert und gekleidet als Dolly ihre Dienste anbieten kam, war ebenso neu und teuer wie das ganze Zimmer. Darja Aleksandrovna taten ihre Höflichkeit, Erdrettheit und Dienstfertigkeit wohl, dennoch fühlte sie sich unbehaglich. Sie genierte sich vor ihr wegen ihres geflickten Nachtjäckchens, das ihr dummerweise aus Versehen eingepackt worden war. Ihr waren die flicken und gestopften Stellen peinlich, auf die sie daheim so stolz war. Daheim war klar, dass für sechs Nachtjäckchen 24 Arschinen an Suck für 65 Kopeken der Arschinen gebraucht wurden, was über 15 Rubel ausmachte, dazu noch der Besatz und die Arbeit. Und diese 15 Rubel ließen sich sparen. Doch vor der Zofe, es war ihr nicht gerade peinlich, aber unbehaglich. Darja Aleksandrovna fühlte sich sehr erleichtert, als ihre alte Bekannte ins Zimmer trat, Anuschka. Nach der herausgeputzten Zofe verlangte die Herrin. Und Anuschka blieb bei Darja Aleksandrovna. Anuschka freute sich offenbar sehr über die Ankunft der gnädigen Frau und schwatzte ohne Unterlass. Dolly bemerkte, dass sie sich zu gerne über die Situation ihrer Herrin ausgelassen hätte, besonders über die Liebe und Ergebenheit des Grafen gegenüber Anna Arkadievna. Aber Dolly hinderte sie jedes Mal, sobald sie davon anfing. Ich bin mit Anna Arkadievna aufgewachsen. Die Herren sind mir das Liebste auf der Welt. Nun, nicht wir haben zu richten. Aber mir scheint so zu lieben. Bitte lass mir das rauswaschen, wenn möglich, unterbrach sie Darja Aleksandrovna. Zu Befehl. Für die kleine Wäsche sind bei uns extra zwei Frauen eingeteilt, und die andere kommt alle in die Maschine. Der Herr Graf kümmern sich um alles. Ein solcher Ehemann. Dolly war froh, als Anna eintrat und durch ihr Kommen Anuschkas Geplauder ein Ende machte. Anna trug jetzt ein sehr schlichtes Batistkleid. Dolly musterte dieses schlichte Kleid aufmerksam. Sie wußte, was diese Schlichtheit bedeutete und für wie viel Geld sie zu erwerben war. Eine alte Bekannte, sagte Anna über Anuschka. Anna war nun nicht mehr verlegen. Sie war vollkommen ungezwungen und ruhig. Dolly sah, dass sie sich nun durchaus gefasst hatte nach dem Eindruck, den Dollys Ankunft bei ihr hervorgerufen hatte und jenen oberflächlichen, gleichmütigen Ton anschlug, bei dem die Tür zu jener Abteilung, wo ihre Gefühle und intimsten Gedanken lagen, gleichsam verschlossen war. Und was macht ein Mädchen? Anna, fragte Dolly. Anni, so nannte Anna ihre Tochter. Sie ist gesund, wächst und gedeiht. Du möchtest sie sehen? Komm, ich zeig sie dir. Es gab fürchterliche Scherereien, begann sie zu erzählen, mit den Kinderfrauen. Wir hatten eine Italienerin als Amme, eine gute Amme, aber so dumm. Wir wollten sie zurückschicken, aber das Mädchen hat sich so an sie gewöhnt, dass wir sie bis jetzt behalten haben. Doch wie habt ihr das geregelt mit dem... Dolly wollte die Frage stellen, welchen Namen das Mädchen tragen werde, aber als sie bemerkte, wie sich Annas Gesicht plötzlich verfinsterte, gab sie der Frage einen anderen Sinn. Wie habt ihr es geregelt? Wird Anni schon abgestillt? Doch Anna hatte verstanden. Du wolltest nicht danach fragen? Du wolltest nach ihrem Namen fragen, nicht wahr? Das macht Alexei zu schaffen. Sie hat keinen Namen. Das heißt, sie ist eine Karinina, sagte Anna, die Augen so zugeknüpfen, dass nur noch die zusammenstoßenden Wimpern zu sehen waren. Im Übrigen, ihr Gesicht hältte sich plötzlich auf. Über all das sprechen wir später. Komm, ich zeig sie dir. Elle est très gentille. Sie krabbelt schon. Der Luxus, der Daria Alexandrovna im ganzen Haus beeindruckt hatte, beeindruckte sie im Kinderzimmer noch mehr. Da gab es Wägelchen, bestellt aus England, Vorrichtungen zum Laufen lernen, ein Sofa wie ein Billardtisch, extra zum Krabbeln eingerichtet, Wiegen und besondere neue Badewannen. Alles war englisch fest und solide und offensichtlich sehr teuer. Das Zimmer war groß, sehr hoch und licht. Als sie eintraten, saß das Mädchen in nur einem Hemdchen auf dem Kinderstühlchen am Tisch und verspeiste eine Bouillon, mit der es sich das ganze Brüstchen bekleckert hatte. Eine russische Dienstmagd, die im Kinderzimmer aushalf, fütterte das Mädchen und aß offenbar selbst mit. Weder Amme noch Kinderfrau waren zugegen. Sie befanden sich im Nebenzimmer. Von dort war ihr seltsames Französisch zu hören, die einzige Sprache, in der sie sich verständigen konnten. Als die Engländerin Annas Stimme hörte, kam sie schmuck und hochgewachsen, mit unangenehmem Gesicht und unaufrichtiger Miene, hastig zur Tür herein, die blonden Ringellöckchen schüttelnd, und begann sich sogleich zu rechtfertigen, obwohl Anna ihr gar nichts vorgeworfen hatte. Auf jedes Wort Annas murmelte die Engländerin hastig und mehrfach »Yes, my lady«. Das schwarzbrauige, schwarzhaarige, rotwangige Mädchen mit seinem kräftigen, von zarter Haut umspannten roten Körperchen gefiel Darja Alexandrovna sehr, obwohl es das neue Gesicht unfreundlich beäugte. Sie wurde sogar neidisch, so gesund sah es aus. Wie das Mädchen krabbelte, gefiel ihr ebenfalls sehr. Kein einziges ihrer Kinder war so gekrabbelt. Als das Mädchen auf den Teppich gesetzt und das Kleidchen hinten geordnet war, sah es allerliebst aus. Wie ein Tierchen blickte es aus seinen funkelnden, schwarzen Augen zu den Großen hoch, offenbar erfreut, dass es gefiel. Es lächelte und schob die Beine seitwärts, stützte sich energisch auf die Arme, zog rasch das Hinterteil nach und griff wieder mit den Händchen nach vorn. Aber die Atmosphäre im Kinderzimmer und insbesondere die Engländerin missfielen Darja Alexandrovna sehr. Nur damit, dass eine gute Engländerin nicht in eine so unrechtmäßige Familie wie die Annas gegangen wäre, konnte Darja Alexandrovna sich erklären, dass Anna, bei ihrer Menschenkenntnis, eine so unsympathische, unwürdige Engländerin für ihr Mädchen hatte nehmen können. Außerdem erkannte Darja Alexandrovna sofort, nach wenigen Worten, dass Anna, Amme, Kinderfrau und Kind sich nicht verstanden und der Besuch der Mutter etwas Ungewöhnliches war. Anna wollte dem Mädchen sein Spielzeug geben und konnte es nicht finden. Am erstaunlichsten war, dass auf die Frage, wie viele Zähne es habe, Anna sich irrte und von den letzten beiden Zähnen gar nichts wusste. Es bedrückt mich bisweilen, dass ich hier quasi überflüssig bin, sagte Anna, als sie das Kinderzimmer verließ. Sie raffte ihre Schleppe, um die Spielsachen in der Nähe der Tür nicht umzuwerfen. Anders als beim ersten. Ich dachte, es wäre umgekehrt, meinte Darja Alexandrovna schüchtern. Oh nein, du musst wissen, ich habe ihn nämlich gesehen. Saryoja, sagte Anna mit zugekniffenen Augen, als späte sie in weite Ferne. Im Übrigen, das besprechen wir später. Du kannst es dir nicht vorstellen, ich bin wie ein Hungriger, dem plötzlich ein komplettes Mahl vorgesetzt wird und er weiß nicht, womit beginnen. Das komplette Mahl, das bist du und meine bevorstehenden Gespräche mit dir, die ich mit niemand anderem führen konnte. Und ich weiß nicht, mit welchem Gespräch zuerst beginnen. Aber ich werde dir nichts ersparen. Ich muss alles aussprechen. Ah ja, ich sollte dir noch die Gesellschaft skizzieren, die du bei uns vorfindest, hob sie an. Ich fange bei den Damen an. Prinzessin Varvara, du kennst sie. Und ich kenne deine und Stivas Meinung von ihr. Stiva sagt, ihr ganzer Lebenszweck bestehe darin, ihren Vorrang vor Tantchen Katharina Pavlovna zu beweisen. Das stimmt alles. Aber sie ist gutherzig. Und ich bin ihr so dankbar. In Petersburg gab es einen Augenblick, da brauchte ich dringend eine Anstandsdame. Und da war sie bei der Hand. Aber sie ist wirklich gutherzig. Sie hat mir meine Situation sehr erleichtert. Ich sehe, dass du nicht ganz die Beschwerlichkeit meiner Situation verstehst. Dort in Petersburg fügte sie hinzu, hier bin ich vollkommen gelassen und glücklich. Ja, aber davon später. Ich muss alle aufzählen. Dann Swiasky, er ist Adelsmarschall und er ist ein sehr anständiger Mensch, aber er will etwas von Alexei. Verstehst du, bei seinem Vermögen könnte Alexei jetzt, da wir uns auf dem Land niedergelassen haben, großen Einfluss haben. Dann Tuschkewitsch, ihn hast du getroffen. Er war stets um Betsy. Jetzt wurde ihm der Laufpass gegeben und er kam zu uns gereist. Er ist, wie Alexei sagt, einer der Menschen, die sehr angenehm sind, wenn man sie für das nimmt, was sie scheinen wollen. Außerdem ist er Kommilfot, wie Prinzessin Varvara sagt. Dann Wislowski, ihn kennst du. Ein sehr lieber Junge, sagte sie und ein schelmisches Lächeln kräuselte ihre Lippen. Was ist das für eine aberwitzige Geschichte mit Lewin? Wislowski hat es Alexei erzählt. Und wir können es nicht glauben. Il est très gentil, et naif, sagte sie erneut mit demselben Lächeln. Männer brauchen Zerstreuung und Alexei braucht ein Publikum, darum ist mir diese ganze Gesellschaft lieb und wert. Es ist nötig, dass es bei uns lebhaft und fröhlich zugeht und dass Alexei nichts Neues möchte. Dann der Ökonom, ein deutscher, sehr guter Mann, kennst sein Fach. Alexei schätzt ihn sehr. Dann der Doktor, ein junger Mann, nicht gerade Nihilist, doch weißt du, er ist vom Messer, aber ein sehr guter Arzt. Dann der Architekt, ein kleiner Hofstadt. 20. Da bringe ich Ihnen Dolly, Prinzessin. Sie wollten sie doch gerne sehen, sagte Anna, als sie mit Darja Aleksandrovna auf die große Steinterrasse trat, wo im Schatten hinter einem Stickrahmen, da sie einen Sesselbezug für den Grafen bestickte, Prinzessin Varvara saß. Sie sagt, sie wolle nichts bis zum Diner, aber lassen Sie ihr noch ein Dejeuner servieren, und ich gehe Alexei suchen und bringe alle her. Prinzessin Varvara empfing Dolly freundlich und ein wenig gönnerhaft und setzte ihr sogleich auseinander, sie habe sich bei Anna niedergelassen, weil sie Anna stets mehr geliebt habe, als ihre Schwester Katharina Pavlovna das habe, die Tante, die Anna aufgezogen hatte, und nun, da alle Anna verlassen hätten, halte sie es für ihre Pflicht, ihr in dieser so ungemein schwierigen Übergangszeit zu helfen. Ihr Mann wird in die Scheidung einwilligen. Dann werde ich mich erneut in meine Einsamkeit zurückziehen. Nun jedoch kann ich nützlich sein und erfülle meine Pflicht so schwer mir das auch fallen mag, nicht so wie andere. Und wie lieb du bist, wie gut du daran getan hast, dass du hergekommen bist. Sie leben absolut wie das allerbeste Ehepaar. Gott wird sie richten, nicht wir. Und was ist mit Biruzovsky und Avenyev und sogar Nikandrov und Vassiliev und Mamonava und Lisa Neptunova? Hat doch nie jemand etwas gesagt. Und zuletzt haben alle sie empfangen. Außerdem, dieses Familienleben ist so nett, so comilfo, ganz nach englischer Art. Man versammelt sich morgens beim Breakfast, dann geht man auseinander. Jeder tut, was er mag, bis zum Diner. Das Diner ist um sieben. Stiva hat sehr gut daran getan, dass er dich hergeschickt hat. Er sollte sich an die beiden halten, weißt du, über seine Mutter und seinen Bruder kann der Graf alles erreichen. Außerdem tun sie viel Gutes. Hat er dir nichts von seinem Krankenhaus gesagt? Se sera admirable. Alles aus Paris. Ihr Gespräch wurde von Anna unterbrochen, die die Herrenrunde im Billardzimmer gefunden hatte und mit allen auf die Terrasse zurückkehrte. Bis zum Diner blieb noch viel Zeit. Das Wetter war herrlich, darum wurden verschiedene Dinge vorgeschlagen, wie die verbleibenden zwei Stunden zu verbringen wären. Um Zeit zu verbringen, gab es in Vazdvizinskaya sehr viele Dinge und sie waren alle anders als in Pakrovskaya. »Une partie de l'antennis«, schlug Wieslowski vor, lächelte dabei sein schönes Lächeln. »Wir beide wieder zusammen, Anna Arkadievna.« »Nein, es ist heiß. Besser, wir spazieren durch den Park und fahren Boot, um Darja Aleksandrovna die Ufer zu zeigen, schlug Wronski vor. »Ich bin mit allem einverstanden«, sagte Swijaschki. »Ich glaube, für Dolly ist ein Spaziergang das angenehmste, nicht wahr? Und dann eine Bootsfahrt«, sagte Anna. So wurde es beschlossen. Wieslowski und Tuschkiewicz gingen zum Badehaus und versprachen, dort das Boot fertig zu machen und zu warten. In zwei Paaren gingen sie über den Parkweg, Anna Mietzwiarski und Dolly Mietwronski. Dolly war ein wenig verwirrt und verunsichert durch das für sie völlig neue Milieu, in das sie hier geraten war. Abstrakt und theoretisch hatte sie Annas Schritt nicht nur gerechtfertigt, sondern sogar gut geheißen. Wie oftmals moralisch untadelige Frauen, der Eintönigkeit ihres moralischen Lebens müde, hatte auch sie aus der Ferne die frievelhafte Liebe nicht nur entschuldigt, sondern sogar beneidet. Außerdem liebte sie Anna von Herzen. In der Realität jedoch, da sie Anna nun im Milieu der ihr fremden Menschen mit ihren für Darja Aleksandrovna neuen Manieren sah, fühlte sie sich unbehaglich. Besonders unangenehm war ihr, Prinzessin Varvara zu sehen, die für den Komfort, den sie genoss, den beiden alles verzieh. Allgemein abstrakt hieß Dolly Annas Schritt gut, aber den Mann zu sehen, dessen wegen dieser Schritt erfolgt war, war ihr unangenehm. Außerdem hatte ihr Wronski nie gefallen. Sie hielt ihn für sehr stolz und fand an ihm nichts, worauf er stolz sein könnte, außer seinem Reichtum. Doch hier in seinem Haus imponierte er ihr gegen ihren Willen noch mehr als früher und sie konnte nicht ungezwungen mit ihm umgehen. Sie hatte in seinem Beisein ein ähnliches Gefühl, wie sie es vor der Zofe wegen des Nachtjäckchens gehabt hatte. Wie es ihr vor der Zofe nicht gerade peinlich, eher unbehaglich war wegen der Flicken, so war es ihr auch bei ihm nicht gerade peinlich, aber ihretwegen unbehaglich. In ihrer Verlegenheit suchte Dolly nach einem Gesprächsthema. Zwar meinte sie, bei seinem Stolz müsste ihm Lob für sein Haus und den Park unangenehm sein, aber da sie kein anderes Gesprächsthema fand, sagte sie doch, ihr habe sein Haus sehr gut gefallen. Ja, es ist ein sehr schönes Gebäude in einem guten alten Stil, sagte er. Mir hat der Hof vor dem Hauseingang sehr gefallen. War das schon? Oh nein! Sein Gesicht strahlte vor Vergnügen. Sie hätten den Hof in diesem Frühjahr sehen sollen. Und er fing an, erst vorsichtig, dann mit immer größerem Enthusiasmus, ihre Aufmerksamkeit auf einzelne Verschönerungen an Haus und Park zu lenken. Offensichtlich fühlte Wronski, nachdem er in Verbesserung und Verschönerung seines Herrenhauses viel Arbeit gesteckt hatte, das Bedürfnis, vor dem neuen Gast ein wenig zu prahlen damit, und freute sich von Herzen über Darja Aleksandrovnas Lob. Wenn Sie auf das Krankenhaus einen Blick werfen wollten und nicht müde sind, so ist es nicht weit, kommen Sie, sagte er nach einem Blick auf Ihr Gesicht, um sich zu versichern, dass sie es tatsächlich nicht langweilte. Kommst du mit, Anna? wandte er sich an Sie. Wir kommen mit. Nicht wahr? wandte sie sich an Swiarski. Aber man darf den armen Bislovski und Tuschkewitsch dort im Boot nicht vergeblich warten lassen. Man müsste hinschicken zu Ihnen. Ja, das ist das Denkmal, das er hier hinterlässt, sagte Anna zu Dolly mit demselben gewitzten, wissenden Lächeln, mit dem sie schon vorher vom Krankenhaus gesprochen hatte. Oh, ein kapitales Werk, sagte Swiarski. Aber damit es nicht aussah, als rede er Wronski nach dem Mund, ließ er sofort eine leicht kritische Bemerkung folgen. Allerdings wundere ich mich, Graf, sagte er, wo Sie doch in der Gesundheitsfürsorge so viel für das Volk tun, wie Sie den Schulen so gleichgültig gegenüberstehen. Das ist so etwas Gewöhnliches geworden, die Schulen, sagte Wronski. Aber Sie verstehen, nicht deswegen. Es begeistert mich nun einmal. Hier lang geht es zum Krankenhaus, wandte er sich an Darja Aleksandrovna und deutete auf einen Seitenweg, der wegführte von der Allee. Die Damen spannten die Sonnenschirme auf und traten hinaus auf den Seitenweg. Nach ein paar Wegbiegungen, als sie zu einer Pforte hinausgegangen waren, sah Darja Aleksandrovna an einer höher gelegenen Stelle ein großes, rotes, fast fertiggestelltes Gebäude von kurioser Form. Das noch ungestrichene Blechdach glitzerte und blendete in der grellen Sonne. Neben dem fast fertigen Gebäude wurde noch ein anderes errichtet, von einem Gerüst umgeben, und darauf standen die Arbeiter in ihren Schürzen, schichteten die Backsteine und mörtelten das Mauerwerk mit Schöpfkellen und richteten es aus mit Richtlatten. Wie schnell die Arbeit bei Ihnen vorangeht, sagte Swiasky. Als ich das letzte Mal hier war, gab es das Dach noch nicht. Bis zum Herbst ist alles fertig. Innen ist schon fast alles abgeschlossen, sagte Anna. Und was ist dieser neue Bau? Der ist zur Unterbringung von Arzt und Apotheker, erwiderte Wronski. Er sah, wie der Architekt in kurzem Mantel auf ihn zukam, entschuldigte sich vor den Damen und ging ihm entgegen. Er ging um den Trog, aus dem die Arbeiter den Mörtel schöpften, blieb beim Architekten stehen und redete heftig auf ihn ein. Das Giebeldreieck ist immer noch zu niedrig, antwortete er auf Annas Frage, was los sei. Ich habe ja gesagt, das Fundament hätte höher sein müssen, sagte Anna. Versteht sich, das wäre besser gewesen, Anna Arkadjewna, sagte der Architekt, aber dafür ist es nun zu spät. Ja, ich interessiere mich sehr dafür, gab Annas, Zwiasky zur Antwort, der sich über ihre Kenntnisse in Architektur gewundert hatte. Das neue Gebäude müsste für ein Krankenhaus passend sein, aber die Idee kam später und es wurde ohne Plan angefangen. Nach dem Gespräch mit dem Architekten gesellte sich Wronski wieder zu den Damen und führte sie ins Innere des Krankenhauses. Obwohl außen noch die Karnise fertiggestellt und im untersten Stock die Wände gestrichen wurden, war oben schon fast alles abgeschlossen. Sie stiegen die breite gusseiserne Treppe bis zum Absatz hoch und traten in den ersten großen Raum. Die Wände waren marmoriert, die riesigen durchgehenden Fenster bereits eingesetzt, nur der Parkettboden war noch nicht fertig und die Tischler, die ein hochgestelltes Quadrat abhobelten, unterbrachen die Arbeit und nahmen die Bänder ab, die ihre Haare zurückhielten, um die Herrschaften zu begrüßen. Das ist die Aufnahme, sagte Wronski, hier kommt ein Stehpult her, ein Tisch, ein Schrank und sonst nichts. Hier gehen wir hier durch. Kaup nicht ans Fenster, sagte Anna und probierte, ob die Farbe trocken war. Alexei, die Farbe ist schon trocken, fügte sie an. Von der Aufnahme gingen sie in den Flur. Hier zeigte Ihnen Wronski die nach einem neuen System gebaute Ventilation. Dann zeigte er die Marmorbadewannen, die Betten mit ungewöhnlichen Sprungfedern. Dann zeigte er nacheinander die Krankenzimmer, den Vorratsraum, die Wäschekammer, dann die Öfen nach neuester Bauart, dann Schubwägelchen, die keinen Lärm machten, wenn nötige Dinge durch den Flur gefahren wurden und vieles andere. Als Mensch, der sämtliche neuen Errungenschaften kannte, wusste Swiaschski alles zu beurteilen. Dolly staunte nur über alles, was sie noch nie gesehen hatte und da sie alles begreifen wollte, fragte sie nach Einzelheiten, was Wronski offensichtlich Vergnügen bereitete. Ja, ich glaube, das wird das einzig durchweg richtig eingerichtete Krankenhaus in Russland, sagte Swiaschski. Wird es bei Ihnen keine Entbindungsstation geben, fragte Dolly, das ist so nötig auf dem Land. Ich habe oft, trotz seiner Höflichkeit, unterbrach sie Wronski. Das ist keine Entbindungsanstalt, sondern ein Krankenhaus, vorgesehen für alle Krankheiten mit Ausnahme der Ansteckenden, sagte er. Sehen Sie mal hier. Und er rollte zu Darja Aleksandrovna einen Stuhl für Genesende, den er neu hatte kommen lassen. Schauen Sie, er setzte sich in den Stuhl und bewegte ihn. Der Patient kann nicht gehen, er ist noch schwach oder die Beine sind krank, aber er braucht frische Luft und so fährt er, rollt er hinaus. Darja Aleksandrovna interessierte sich für alles. Es gefiel ihr alles sehr, aber am meisten gefiel ihr Wronski in seinem natürlichen, naiven Enthusiasmus. Ja, das ist ein sehr lieber, guter Mensch, dachte sie bisweilen, hörte ihm nicht zu, sondern schaute ihn an und suchte seine Miene zu ergründen und versetzte sich in Gedanken in Anna. Er gefiel ihr jetzt dermaßen in seiner Lebhaftigkeit, dass sie verstand, wie Anna sich in ihn verlieben konnte. 21 Nein, ich glaube, die Fürstin ist müde und Pferde interessieren sie nicht, sagte Wronski zu Anna, die vorgeschlagen hatte, bis zum Gestüt zu gehen, wo Swiaski den neuen Hengst sehen wollte. Gehen Sie nur, ich begleite die Fürstin nach Hause und wir reden miteinander und zu ihr gewandt, wenn sie nichts dagegen haben. Von Pferden verstehe ich nichts, da bin ich sehr froh, meinte Darja Aleksandrovna, ein wenig verwundert. Sie sah an Wronskis Gesicht, daß er etwas von ihr wollte. Sie täuschte sich nicht. Sobald sie durch die Pforte wieder in den Park gekommen waren, schaute er in die Richtung, in die Anna gegangen war und als er sicher war, daß Anna sie weder sehen noch hören konnte, hob er an »Sie haben wohl erraten, daß ich mit Ihnen reden wollte«, sagte er und schaute sie mit lachenden Augen an. »Ich gehe ja nicht fehl, daß Sie Anna Freund sind.« Er nahm den Hut ab, holte ein Taschentuch vor und wischte sich den kahl werdenden Kopf ab. Darja Aleksandrovna erwiderte nichts und blickte ihn nur erschrocken an. Als sie nun mit ihm allein war, graute ihr plötzlich. Die lachenden Augen und der ernste Gesichtsausdruck schreckten sie. Die unterschiedlichsten Vermutungen, worüber er wohl mit ihr reden wolle, schossen ihr durch den Sinn. Er wird mich bitten, daß ich mit den Kindern zu Besuch herkomme und ich muß es ihm abschlagen. Oder daß ich in Moskau einen Kreis für Anna bilde. Oder womöglich fragt er nach Vassenkawislowski und seinem Verhältnis zu Anna. Vielleicht auch nach Kitty und daß er sich schuldig fühlt. Sie sah nur Unangenehmes auf sich zukommen, er riet jedoch nicht, worüber er mit ihr sprechen wollte. »Sie haben einen solchen Einfluss auf Anna. Sie liebt sie so,« sagte er. »Helfen Sie mir.« Darja Aleksandrovna sah fragend und scheu in sein energisches Gesicht, das bald ganz bald teilweise auf Sonnenschein traf im Schatten der Linden, bald verdüstert wurde vom Schatten und sie wartete, was er weiter sagen würde. Aber er stieß den Spazierstock in den Kies und ging schweigend neben ihr her. »Wenn Sie uns besuchen kommen, Sie als einzige Frau aus Annas früherem Freundeskreis, Prinzessin Varvara rechne ich nicht. So verstehe ich, daß Sie das nicht deshalb tun, weil Sie unsere Situation für normal halten, sondern weil Sie die ganze Beschwerlichkeit dieser Situation verstehen, jedoch Anna noch genauso lieben wie zuvor und ihr helfen möchten. Verstehe ich Sie richtig?« fragte er mit einem Blick zu ihr. »Oh ja,« antwortete Darja Aleksandrovna und klappte den Sonnenschirm zu, »aber niemand«, unterbrach er sie und blieb unwillkürlich stehen, vergaß dabei, daß er seine Gesprächspartnerin in eine ungünstige Lage brachte, da auch sie stehen bleiben musste. Nein, niemand empfindet die ganze Beschwerlichkeit von Annas Situation stärker als ich. Das ist auch einsehbar, wenn Sie mir die Ehre erweisen, mich für einen Menschen mit Herz zu halten. Ich bin die Ursache für diese Situation, darum empfinde ich sie auch. Ich verstehe, sagte Darja Aleksandrovna, unwillkürlich beeindruckt, wie aufrichtig und fest er das sagte. Aber eben, weil Sie sich bewusst sind, die Ursache zu sein, übertreiben Sie, fürchte ich. Annas Situation in der Gesellschaft ist beschwerlich, das verstehe ich. In der Gesellschaft ist es die Hölle, stieß er rascher vor mit finsterer Miene. Schlimmere seelische Qualen als diejenigen, die sie in den zwei Wochen in Petersburg durchlebt hat, kann man sich nicht vorstellen. Ich bitte Sie mir, das zu glauben. Ja, aber hier, solange weder Anna noch Sie ein Verlangen nach der Gesellschaft verspüren, die Gesellschaft, sagte er verächtlich, was könnte ich für ein Verlangen nach der Gesellschaft haben. Solange, und vielleicht ist es immer so, sind Sie glücklich und ruhig. Ich sehe es Anna an, dass sie glücklich ist, vollkommen glücklich, das hat sie mir schon mitgeteilt. Darja Aleksandrovna sagte es lächelnd, und als sie das, sagte, kamen ihr jetzt unwillkürlich Zweifel, ob Anna wirklich glücklich sei. Wronski aber schien nicht daran zu zweifeln. Ja, ja, sagte er, ich weiß, dass sie aufgelebt ist nach all ihren Leiden. Sie ist glücklich, ist glücklich in der Gegenwart. Aber ich, ich fürchte, was uns erwartet. Pardon, Sie wollten weitergehen? Nein, ganz gleich. Darja Aleksandrovna setzte sich auf das Bänkchen in einer Ecke der Allee. Er blieb vor ihr stehen. Ich sehe, ich sehe, dass sie glücklich ist, wiederholte er, und der Zweifel, ob sie glücklich sei, befiel Darja Aleksandrovna noch stärker. Aber kann das von Dauer sein? Ob wir gut oder schlecht gehandelt haben, ist eine andere Frage, aber der Würfel ist geworfen, sagte er aus dem Russischen ins Französische wechselnd, und wir sind verbunden fürs ganze Leben. Wir sind durch die für uns heiligen Bande der Liebe vereint. Wir haben ein Kind. Wir können noch mehr Kinder haben. Aber das Gesetz und alle Umstände unserer Situation sind so beschaffen, dass Tausende von Komplikationen auftreten können, die sie jetzt, da ihre Seele sich erholt nach allen Leiden und Prüfungen, nicht sieht und nicht sehen will. Das ist auch verständlich. Ich aber kann nicht wegsehen. Meine Tochter ist nach dem Gesetz nicht meine Tochter, sondern eine Karenina. Ich will diesen Betrug nicht, sagte er mit energisch abwehrender Geste und sah finster und fragend zu Darja Aleksandrovna. Sie antwortete nicht und sah ihn nur an. Er fuhr fort, morgen kann ein Sohn zur Welt kommen, mein Sohn, und nach dem Gesetz ist er ein Karenin. Er wird weder meinen Namen noch mein Vermögen erben, und wir können noch so glücklich sein in der Familie und noch so viele Kinder haben. Dennoch besteht keine Verbindung zwischen mir und Ihnen. Sie sind alle Karenins. Begreifen Sie doch, wie schwer und furchtbar diese Situation ist. Ich habe versucht, mit Anna darüber zu sprechen. Es wühlt sie auf, sie begreift nicht, und ich kann ihr nicht alles sagen. Nun betrachten Sie es von einer anderen Seite. Ich bin glücklich mit Ihrer Liebe, aber ich muss eine Beschäftigung haben. Ich habe diese Beschäftigung gefunden. Ich bin stolz auf diese Beschäftigung und halte sie für edler als die meiner ehemaligen Kameraden bei Hof und im Dienst und werde sie zweifellos nicht mehr gegen die Ihre eintauschen. Ich arbeite hier in meiner Umgebung und ich bin glücklich, zufrieden, und mehr brauchen wir nicht zu unserem Glück. Ich liebe diese Tätigkeit. Das ist keine Notlösung, im Gegenteil. Darja Alexandrovna merkte, dass er sich beim Erklären hier im Kreis bewegte. Sie begriff die Abschweifung nicht recht, fühlte aber, da er einmal begonnen hatte, von dem zu reden, was ihm am Herzen lag und worüber er mit Anna nicht reden konnte, musste er alles aussprechen, und seine Tätigkeit auf dem Land befand sich in derselben Abteilung seiner Herzensangelegenheiten wie seine Beziehung zu Anna. Er besann sich jedoch. Also ich fahre fort. Wenn ich arbeite, muss ich doch vor allem die Überzeugung haben, dass mein Werk nicht mit mir stirbt, dass ich Erben haben werde. Und das habe ich nicht. Stellen Sie sich die Situation eines Mannes vor, der von vornherein weiß, dass die Kinder, die er mit seiner geliebten Frau hat, nicht als die seinen gelten, sondern als die eines Menschen, der sie hasst und nichts von ihnen wissen will. Das ist doch furchtbar. Er verstummte, offensichtlich stark erregt. Ja, versteht sich, das begreife ich. Aber was kann Anna tun? fragte Darja Alexandrovna. Ja, das bringt mich zum Zweck meines Gesprächs, sagte er und rang seine Erregung nieder. Anna kann etwas tun. Es hängt von ihr ab. Sogar um bei seiner Majestät um die Adoption anzusuchen, bedarf es der Scheidung. Und das hängt von Anna ab. Ihr Mann war mit der Scheidung einverstanden. Damals hatte ihr Gatte alles arrangiert. Auch jetzt würde er nicht ablehnen, das weiß ich, wenn ihm Anna nur schreiben würde. Er hatte damals die klare Antwort gegeben, wenn sie den Wunsch äußerte, würde er nicht ablehnen. Versteht sich, sagte er finster, das ist eine seiner pharisäerhaften Grausamkeiten, zu denen nur diese Menschen ohne Herz fähig sind. Er weiß, welche Qual ihr jede Erinnerung an ihn bereitet und obwohl er sie kennt, verlangt er von ihr einen Brief. Ich begreife, dass sie das eine Qual ist. Aber die Gründe sind so gewichtig, dass sie das muss, sich über diese ganzen Empfindlichkeiten hinwegsetzen. Es geht um das Glück und die Existenz Annas und ihrer Kinder. Von mir selbst spreche ich nicht, obwohl mir schwer ums Herz ist. Sehr schwer, sagte er. Dabei machte er ein Gesicht, als drohte er jemanden, weil ihm schwer ums Herz war. Und so, Fürstin, greife ich, gewissenloserweise, nach ihnen wie nach einem Rettungsanker. Helfen Sie mir, Anna zu überreden, dass sie ihm schreibt und die Scheidung verlangt. Ja, versteht sich, sagte Darja Aleksandrovna nachdenklich, da sie ihre letzte Begegnung mit Alexei Aleksandrovitsch lebhaft vor sich sah. Ja, versteht sich, sagte sie entschlossen, da sie auch Anna vor sich sah. Nutzen Sie ihren Einfluss auf sie. Bringen Sie Anna dazu, dass sie schreibt. Ich will und kann auch fast nicht mehr mit ihr reden darüber. Gut, ich rede mit ihr. Aber wieso denkt sie selbst nicht daran, sagte Darja Aleksandrovna und seltsamerweise fiel ihr dabei plötzlich Annas sonderbare neue Angewohnheit ein, die Augen zuzukneifen. Und ihr fiel ein, dass Anna die Augen zukniff, eben wenn es um Herzensangelegenheiten ging. Als ob sie vor ihrem Leben die Augen zukneife, um nicht alles zu sehen, dachte Dolly. Unbedingt, ich werde um meinet und um ihret Willen mit ihr sprechen, erwiderte Darja Aleksandrovna auf Wronskis Dankesbekundungen. Sie standen auf und gingen zum Haus. 22 Als Anna Dolly bereits zu Hause vorfand, schaute sie ihr aufmerksam in die Augen, als ob sie nach dem Gespräch fragte, das sie mit Wronski geführt hatte, fragte aber nicht ausdrücklich danach. Es dürfte schon Zeit sein zum Diner, sagte sie. Wir haben uns noch gar nicht recht gesehen. Ich rechne auf den Abend. Jetzt muss ich zum Umkleiden. Du wahrscheinlich auch. Wir haben uns auf dem Bau ganz schmutzig gemacht. Dolly ging auf ihr Zimmer und sie musste lachen. Sie hatte nichts mehr zum Umkleiden, denn sie trug schon ihr bestes Kleid. Doch um ihre Vorbereitung zum Diner irgendwie kenntlich zu machen, bat sie die Zofe, ihr das Kleid zu säubern, wechselte Manschetten und Schleife aus und tat sich einen Spitzenschmuck ins Haar. Das ist alles, was ich tun konnte, sagte sie lächelnd zu Anna, die nun im dritten, wiederum außerordentlich schlichten Kleid zu ihr kam. Ja, wir sind hier sehr förmlich, sagte Anna, gleichsam als Entschuldigung für ihre Eleganz. Alexei ist so angetan von deinem Besuch, wie er das selten von etwas ist. Er ist regelrecht verliebt in dich, fügte sie an. Bist du auch nicht müde? Bis zum Diner war keine Zeit mehr, über etwas zu reden. Als sie in den Salon traten, trafen sie dort bereits Prinzessin Warwara und die Herren in schwarzen Gehröcken. Der Architekt war im Frack. Bronski stellte dem neuen Gast Arzt und Ökonom vor. Mit dem Architekten hatte er sie schon im Krankenhaus bekannt gemacht. Der dicke Haushofmeister, das glatt rasierte, runde Gesicht, so makellos wie die gestärkte Schleife an der weißen Halsbinde, meldete, es sei angerichtet. Und die Damen erhoben sich. Bronski bat Zwiearski Anna Arkadievna den Arm zu reichen, er selbst trat zu Dolly. Wieslowski reichte rascher als Tuschkewitsch, Prinzessin Warwara, den Arm, so dass Tuschkewitsch, Arzt und Ökonom, allein gingen. Diner, Speisesaal, Geschirr, Bedienung, Wein und Speisen entsprachen nicht nur allgemein dem neuen Luxus des Hauses, sondern schienen noch luxuriöser und das Allerneueste zu sein. Darja Aleksandrovna sah sich diesen für sie neuen Luxus genau an. Und auch wenn sie gar nicht hoffte, etwas von dem Gesehenen in ihrem Haus anwenden zu können, denn solcher Luxus lag weit außerhalb ihrer Lebenshaltung, achtete sie als Frau, die einem Haushalt vorstand, unwillkürlich auf jedes Detail und fragte sich, wer das alles gemacht habe und wie. Wasenka Wieslowski, ihr Mann und sogar Swiaszki und viele Menschen, die sie kannte, dachten nie darüber nach, sondern nahmen für bare Münze, was jeder anständige Gastgeber seinen Gästen vormacht, nämlich, dass alles, was ihm so gut gelungen ist, ihn, den Gastgeber, keinerlei Mühe gekostet, sondern sich ganz von allein ergeben habe. Darja Aleksandrovna jedoch wusste, dass ganz von allein nicht mal der Frühstücksbrei für die Kinder zustande kommt und dass hinter einer so komplizierten und hervorragenden Organisation jemandes gesteigerte Aufmerksamkeit stecken musste und aus den Blicken des Grafen, wie er die Tafel musterte, wie er dem Haushofmeister mit dem Kopf ein Zeichen gab und wie er, Darja Aleksandrovna die Wahl zwischen Badwinia und Suppe schmackhaft machte, schloss sie, dass hinter alledem der Gastgeber steckte, dass er sich selbst darum kümmerte. Von Anna hing das offenbar nicht mehr ab als von Wieslowski. Sie, Swiasky, die Prinzessin und Wieslowski waren gleichermaßen Gäste, die vergnügt genossen, was ihnen geboten wurde. Anna war nur Gastgeberin, was die Gesprächsführung betraf, und diese Unterhaltung bei einer kleineren Tafelrunde für die Frau des Hauses nicht ohne Tücken, erst recht in Anwesenheit von Gästen wie dem Ökonomen und dem Architekten, Gästen aus einer vollkommen anderen Welt, die angesichts des ungewohnten Luxus gegen ihre Schüchternheit ankämpften und nicht lange am allgemeinen Gespräch teilnehmen konnten. Diese schwierige Unterhaltung führte Anna mit dem üblichen Taktgefühl, mit Natürlichkeit und sogar mit Vergnügen, wie Darja Aleksandrovna bemerkte. Zuerst ging es darum, wie Tuschkewitsch und Wieslowski allein Boot gefahren waren. Dann erzählte Tuschkewitsch von der letzten Regatta im Petersburger Yachtclub. Doch kaum entstand eine Pause, wandte sich Anna an den Architekten, um ihn aus seinem Schweigen zu holen. Nikolaj Ivanovic war beeindruckt, sagte sie über Swiarski, wie das neue Gebäude gewachsen ist, seit er das letzte Mal hier war. Aber ich bin jeden Tag hier und wundere mich jeden Tag, wie rasch es geht. Mit seiner Erlaucht ist gut arbeiten, sagte der Architekt mit einem Lächeln. Er war ein respektvoller und ruhiger Mann, sich voll auf seiner Würde bewusst. Anders, als wenn man mit den Gouvernementsbehörden zu tun hat, wo dort Stapel von Papier beschrieben würden, gebe ich dem Grafen Bericht, wir besprechen es und fertig ist die Laube. Amerikanische Verfahrensweisen, sagte Swiarski lächelnd. Ja, mit Verlaub, dort werden Gebäude rational errichtet. Das Gespräch wandte sich der Behördenwillkür in den Vereinigten Staaten zu, doch Anna lenkte es sofort auf ein anderes Thema, um den Ökonomen aus seinem Schweigen zu locken. Hast du jemals Erntemaschinen gesehen, fragte sie Darja Aleksandrovna. Wir waren sie gerade besichtigen, als wir dir begegnet sind. Ich habe das selbst zum ersten Mal gesehen. Wie arbeiten sie denn, wollte Dolly wissen. Ganz wie Scheren. Ein Balken und viele kleine Scheren dran. So. Anna nahm mit ihren schönen weißen, ringbedeckten Händen ein Messerchen und eine Gabel und zeigte es. Sie sah wohl, dass aus ihrer Erklärung nichts verständlich wurde, aber da sie wußte, dass sie angenehm sprach und dass ihre Hände schön waren, erklärte sie weiter. Das sind eher Federmesserchen, sagte Schäkernd Wieslowski, der kein Auge von ihr ließ. Anna lächelte kaum merklich, antwortete jedoch nicht. Stimmt doch, Karl Fjodoritsch. Wie Scheren, wandte sie sich an den Ökonomen. Oh ja, antwortete der Deutsche. Es ist ein ganz einfaches Ding. Und er fing an, die Konstruktion der Maschine zu erklären. Schade, dass sie nicht bindet. Ich habe auf der Wiener Ausstellung eine gesehen, die bindet mit Draht, sagte Swierski. Die wäre noch vorteilhafter. Es kommt drauf an. Der Preis vom Draht muss ausgerechnet werden. Und der Deutsche, aus dem Schweigen gelockt, wandte sich an Wronski. Das lässt sich ausrechnen, erlaucht. Er wollte schon in die Tasche greifen, wo sein Bleistift in dem Notizbüchlein steckte, in dem er alles ausrechnete, aber da ihm einfiel, dass er bei Tisch saß und er Wronskis kalten Blick auffing, ließ er es bleiben. Zu kompliziert. Macht zu viele Umstände, schloss er. Wünscht man Einkünfte, so hat man auch Umstände. Wasenka Wieslowski zog den Deutschen auf. J'adore l'Allemand, wandte er sich wieder mit demselben Lächeln an Anna. Hören Sie auf, Sissy, sagte sie in scherzhaft strengem Ton und wandte sich an den Arzt, einen kränklichen Menschen. Wir dachten, wir treffen Sie auf den Feldern, Vassili Semyonitsch. Waren Sie draußen? War ich. Hab mich aber rasch verdünnisiert, antwortete der Doktor mit grimmigem Scherz. Folglich, haben Sie sich gründlich Bewegung verschafft? Oh ja, großartig. Und wie steht es um die Gesundheit der alten Frau? Hoffentlich kein Typhus. Typhus oder nicht, sie entwickelt sich nicht zu ihrer Avantage. Das tut mir aber leid, sagte Anna, und da sie der Höflichkeit gegenüber den Hausgenossen somit Genüge getan hatte, wandte sie sich wieder den ihren zu. Trotzdem, Anna Arkaljevna, nach ihrer Beschreibung wäre es schwierig, die Maschine zu bauen, scherzte Swijaschki. Aber wieso denn? Annas Lächeln deutete an, dass sie sich bewusst war, mit ihrer Darstellung der Maschinenkonstruktion etwas Nettes gesagt zu haben, was auch Swijaschki bemerkt hatte. Dieser neue Zug jugendlicher Koketterie berührte Dolly unangenehm. Dafür sind Anna Arkaljevnas Kenntnisse in Architektur erstaunlich, sagte Tuschkewitsch. Und wie, ich habe gestern gehört, wie Anna Arkaljevna am Strop sagte und Lombry, sagte Wieslowski. Ist so richtig? Daran ist nichts erstaunlich, wenn man so viel sieht und hört, sagte Anna. Sie jedoch wissen bestimmt nicht einmal, woraus Häuser gemacht werden. Darja Aleksandrowna sah, dass Anna unzufrieden war mit dem schäkernden Ton zwischen ihr und Wieslowski, aber selbst unwillkürlich in ihn verfiel. Wronski verhielt sich in diesem Fall überhaupt nicht wie Lewin. Er maß Wieslowskis Geplauder offenbar keine Bedeutung bei. Im Gegenteil, er spornte noch zu diesen Späßen an. Sagen Sie doch, Wieslowski, womit werden Steine verbunden? Versteht sich mit Zement. Bravo, und was ist Zement? So etwas wie dünner Krützbrei. Nein, wie Kitt. Wieslowski erntete allgemeines Gelächter. Von den Tischgästen waren nur Arzt, Architekt und Ökonom in grimmigem Schweigen versunken, ansonsten verstummte die Unterhaltung nicht. Bald glitt sie dahin, bald hakte sie sich fest und traf jemandes wunden Punkt. Einmal wurde Darja Aleksandrowna an einem wunden Punkt getroffen, und sie ereiferte sich derart, dass sie sogar rot wurde und hinterher überlegte, ob sie nicht etwas Unnötiges und Unangenehmes gesagt habe. Swiasky hatte die Rede auf Lewin gebracht und berichtete von seinen sonderbaren Urteilen, Maschinen seien in der russischen Landwirtschaft nur von Schaden. Ich habe nicht das Vergnügen, diesen Herrn Lewin zu kennen, sagte Wronski lächelnd, doch wahrscheinlich hat er die Maschinen, die er verurteilt, nie gesehen, und wenn er eine gesehen und ausprobiert hat, dann nicht richtig, und keine ausländische, sondern irgendeine russische. Was kann es da schon für Ansichten geben? Sowieso hat er türkische Ansichten, sagte Wieslowski lächelnd, an Anna gewandt. Ich kann seine Urteile nicht verteidigen, sagte Darja Aleksandrowna über und über rot, ich kann nur sagen, dass er ein sehr gebildeter Mensch ist, und wenn er hier wäre, wüsste er Ihnen zu antworten. Ich bin nicht dazu imstande. Ich habe ihn sehr gern, wir sind doch gute Freunde, meinte Swijaschski mit gutmütigem Lächeln, mais pardon, er ist schon ein wenig verschroben. Zum Beispiel behauptet er, Semst war wie Friedensrichter, das sei alles nicht nötig, und er möchte sich nirgends beteiligen. Das ist unsere russische Gleichgültigkeit, sagte Wronski und goss sich aus einer eiskalten Karaffe Wasser in ein dünnes Stielglas. Kein Gefühl zu haben für die Pflichten, die unsere Rechte uns auferlegen, und deshalb diese Pflichten abzulehnen. Ich kenne niemand, der in der Erfüllung seiner Pflichten penibler wäre, sagte Darja Aleksandrowna, durch Wronskis überlegenen Ton aufgebracht. Ich dagegen, fuhr Wronski fort, bei dem dieses Gespräch offenbar einen wunden Punkt getroffen hatte, ich dagegen bin, wie Sie mich hier sehen, sehr dankbar für die Ehre, die mir dank Nikola Ivanić erwiesen wurde. Er deutete auf Swiarski, nämlich, dass ich ehrenhalber zum Friedensrichter gewählt wurde. Ich meine, dass die Pflicht, zum Plenum zu kommen oder über den Fall eines Bauern und seines Pferdes zu urteilen, für mich ebenso wichtig ist wie alles, was ich sonst tue. Und ich werde es für eine Ehre halten, falls ich zum Selbstverabgeordneten gewählt werden sollte. Nur damit kann ich mich für die Vorteile revanchieren, dich als Grundbesitzer genieße. Leider wird oft verkannt, welche Bedeutung in einem Staat die Großgrundbesitzer haben sollten. Darja Aleksandrowna mutete es seltsam an, wie gelassen er sich daheim bei Tisch in seinem Recht fühlte. Ihr fiel ein, wie Lewin, der das Gegenteil dachte, daheim bei Tisch ebenso entschieden war in seinen Urteilen. Aber sie mochte Lewin lieber, darum war sie auf seiner Seite. Also können wir, Graf, beim nächsten Plenum auf Sie rechnen, sagte Svejarski. Aber wir müssten früher los, um schon am achten dort zu sein. Würden Sie mir die Ehre erweisen, bei mir vorbeizukommen? Ich sehe es schon ein bisschen wie dein Schwager, sagte Anna. Bloß anders als er, fügte sie lächelnd hinzu. Ich befürchte, dass es in letzter Zeit bei uns zu viele dieser ehrenamtlichen Pflichten gibt. Wie es früher viele Beamte gab, so dass man für alles und jedes einen Beamten brauchte, so ist es nun mit den Ehrenämtern. Alexei ist nun sechs Monate hier und er ist schon, ich glaube, in fünf oder sechs verschiedenen Institutionen ehrenamtlich Mitglied, ist Kurator, Richter, selbst war Abgeordneter, Geschworener und irgendwas mit Pferden. Wenn das so weitergeht, nimmt das alle Zeit in Anspruch und ich befürchte, dass es bei der Vielzahl dieser Dinge nur eine Formalität ist. Sie sind an wie vielen Stellen Mitglied, Nikolaj Ivanić? wandte sie sich an Svejarski? Ich glaube, an mehr als zwanzig. Anna sprach launig, aber ihrem Ton war Gereiztheit anzuhören. Darja Aleksandrovna, die Anna und Wronski aufmerksam beobachtete, fiel das sofort auf. Ihr fiel außerdem auf, dass Wronskis Gesicht bei diesem Gespräch sofort eine ernste und hartnäckige Miene annahm. Als ihr auch noch auffiel, dass Prinzessin Warwara um das Thema zu wechseln, hastig von Petersburger Bekannten zu reden begann und als ihr einfiel, wie unangebracht Wronski im Park von seiner Tätigkeit gesprochen hatte, begriff Dolly, dass mit dieser ehrenamtlichen Tätigkeit ein intimer Streit zwischen Anna und Wronski verbunden war. Das Essen, die Weine, die gesamte Tafel, alles war sehr gut. Aber alles von der Art, wie Darja Aleksandrovna das von großen Festmählern und Bällen kannte, deren sie entwöhnt war, und alles von der gleichen Unpersönlichkeit und Angestrengtheit. An einem gewöhnlichen Werktag und im kleinen Kreis machte es auf sie darum einen unangenehmen Eindruck. Nach dem Diner saß man noch auf der Terrasse. Dann spielte man Lawn-Tennis. Die Spieler, in zwei Parteien unterteilt, stellten sich auf dem Sorgfeld planierten und festgestampften Crocket Ground auf, zu beiden Seiten des zwischen Goldpfosten gespannten Netzes. Darja Aleksandrovna versuchte zwar zu spielen, konnte aber das Spiel lange nicht begreifen, und als sie es begriff, war sie so müde, dass sie sich zu Prinzessin Warwara setzte und den Spielenden nur zusah. Ihr Partner Tuschkewitsch gab ebenfalls auf. Doch die anderen setzten das Spiel noch lange fort. Swiaschski und Wronski spielten beide sehr gut und ernsthaft. Sie beobachteten scharf den Ball, wie er auf sie zugeflogen kam, rannten geschickt hin, ohne zu hassen und ohne zu zaudern, passten ab, wenn er hochsprang, und trafen den Ball zielsicher und genau mit dem Racket, schleuderten ihn übers Netz. Wieslowski spielte am schlechtesten. Er ereiferte sich zu sehr, dafür steckte er die Spielenden mit seiner Fröhlichkeit an, sein Lachen und seine Rufe verstummten nicht. Wie die anderen Herren hatte er mit Erlaubnis der Damen den Rock abgelegt, und seine stattliche, schöne Gestalt in den weißen Hemdsärmeln, sein rotes, verschwitztes Gesicht und seine ruckhaften Bewegungen prägten sich dem Gedächtnis ein. Als Darja Aleksandrovna in dieser Nacht im Bett lag, sah sie, kaum dass sie die Augen geschlossen hatte, Wasenka Wieslowski über den Crockett Ground hassten. Darja Aleksandrovna war während des Spiels nicht vergnügt. Ihr missfiel das Geschäke zwischen Wasenka Wieslowski und Anna, das sich dabei fortsetzte. Außerdem diese Unnatürlichkeit, wenn Erwachsene allein ohne Kinder ein Kinderspiel spielen. Aber um den anderen nicht die Laune zu verderben und irgendwie die Zeit zu verbringen, gesellte sie sich nach einer Erholungspause wieder zu den Spielern und tat, als sei sie vergnügt. Den ganzen Tag kam es ihr so vor, als ob sie mit Schauspielern, die besser waren als sie, Theaterspiele und als ob ihr schlechtes Spiel alles verderbe. Sie war mit der Absicht hergekommen, zwei Tage zu bleiben, falls sie sich einlebte. Doch abends während des Spiels beschloss sie, am nächsten Morgen abzureisen. Jene quälenden Muttersorgen, die ihr unterwegs so verhasst gewesen waren, stellten sich nun nach einem ohne sie verbrachten Tag bereits in anderem Licht dar und zogen sie zurück nach Haus. Als Darja Aleksandrovna nach dem Abend Tee und einer nächtlichen Bootsfahrt allein in ihr Zimmer kam, ihr Kleid ablegte und sich setzte, um ihr dünnes Haar für die Nacht zurechtzumachen, fühlte sie sich sehr erleichtert. Ihr war sogar der Gedanke unangenehm, dass Anna gleich zu ihr käme. Sie wäre gern allein gewesen mit ihren Gedanken. 23 Dolly wollte sich schon hinlegen, als Anna im Nachtgewand ins Zimmer trat. Im Lauf des Tages hatte Anna ein paar Mal Gespräche über Herzensdinge begonnen und jedes Mal nach ein paar Worten abgebrochen. Später, wenn wir allein sind, reden wir über alles. Ich habe ihr so viel zu sagen, meinte sie jedes Mal. Jetzt waren sie allein und Anna wusste nicht, wovon sie reden sollte. Sie saß am Fenster, blickte zu Dolly, gingen alle Vorräte an Herzensthemen, die ihr unerschöpflich erschienen waren im Gedächtnis durch und fand nichts. Es kam ihr in diesem Moment vor, als wäre schon alles gesagt. Nun, was macht Kitty, fragte sie nach einem tiefen Seufzer und mit schuldbewusstem Blick zu Dolly. Sag mir die Wahrheit, Dolly, ist sie mir auch nicht böse? Böse, nein, sagte Darja Aleksandrovna lächelnd. Aber sie hasst, sie verachtet mich. Oh, nein, aber weißt du, so etwas verzeiht man nicht. Ja, sagte Anna abgewandt zum offenen Fenster hinausblickend, aber ich habe keine Schuld. Wer hat schon Schuld? Was ist das Schuld? Könnte es denn anders sein, was meinst du? Könnte es sein, dass du nicht Stivers Frau wärst? Also, ich weiß nicht. Aber sag du mir einmal, ja, ja, aber wir haben zu Kitty noch nicht alles gesagt, ist sie glücklich. Er sei ein prachtvoller Mensch, heißt es. Prachtvoll ist gar kein Ausdruck. Ich kenne keinen besseren Menschen. Oh, das freut mich aber. Freut mich sehr. Aha, prachtvoll ist gar kein Ausdruck, wiederholte sie. Dolly lächelte. Aber sag du mir etwas von dir, ich habe dich vieles zu fragen und habe auch gesprochen mit. Dolly wusste nicht, wie sie ihn nennen sollte. Es war ihr peinlich, ihn Graf und Alexej Kirilic zu nennen. Mit Alexej, sagte Anna. Ich weiß, dass ihr gesprochen habt. Doch ich wollte dich ohne Umschweife fragen, was du über mich denkst, über mein Leben. Wie sag ich das so auf einen Schlag? Also, ich weiß nicht. Aber sag mir wenigstens, du siehst, wie ich lebe. Vergiss jedoch nicht, dass du uns im Sommer siehst bei deinem Besuch und wir nicht allein sind. Aber als wir eintrafen, war es frühes Frühjahr. Wir lebten hier völlig allein und werden wieder allein leben und etwas Besseres kann ich mir nicht wünschen. Aber stell dir vor, dass ich allein bin, ohne ihn, allein. Und das wird kommen. Ich sehe an allem, dass es sich häufig wiederholen wird, dass er die Hälfte der Zeit außer Haus sein wird. Sie stand auf und setzte sich näher zu Dolly. Versteht sich, fiel sie Dolly ins Wort, die widersprechen wollte. Versteht sich, ich werde ihn nicht mit Gewalt halten. Ich halte ihn auch jetzt nicht. Bald ist ein Pferderenn. Seine Pferde nehmen teil, er fährt hin und das freut mich. Aber überlege mal, stell dir meine Situation vor. Doch was rede ich? Sie lächelte. Worüber hat er denn nun mit dir gesprochen? Er sprach darüber, worüber ich selbst sprechen wollte. Darum kann ich leicht sein Anwalt sein. Ob es nicht eine Möglichkeit gäbe und ob nicht Daria Aleksandrovna stockte, deine Situation zu korrigieren, zu verbessern wäre. Du weißt, wie ich es sehe. Trotzdem, wenn irgend möglich, solltet ihr heiraten. Also Scheidung, sagte einer. Weißt du, dass die einzige Frau, die mich in Petersburg besuchen kam, Betsy Tverskaya war? Du kennst sie doch. Im Grunde die lasterhafteste Frau, die es gibt. Sie hatte eine Liaison mit Tuschkewitsch, betrug ihren Mann auf die widerwärtigste Weise und sie sagte zu mir, sie würde mich nicht mehr kennen, solange meine Situation nicht geregelt sei. Glaub nicht, dass ich vergleiche. Ich kenne dich, mein Herz, aber es fiel mir unwillkürlich ein. Und was hat er denn nun zu dir gesagt? Er hat gesagt, dass er leidet, deinetwegen und seinetwegen. Vielleicht sagst du nun, das sei Egoismus, aber das ist so ein legitimer, edler Egoismus. Er möchte erstens seine Tochter legitimieren und außerdem dein Ehemann sein, ein Recht auf dich haben. Welche Frau, welche Sklavin kann in solchem Maß Sklavin sein, wie ich es bin in meiner Situation? Fiel sie ihr finster ins Wort. Vor allem möchte er, er möchte, dass du nicht leidest. Das ist unmöglich. Und? Ja, und das allerlegitimste, er möchte, dass eure Kinder einen Namen haben. Was für Kinder denn? Sagte Anna, ohne Dolly anzusehen, die Augen zu kneifend. Anni und die Künftigen, da kann er ruhig sein, ich werde keine Kinder mehr haben. Wie kannst du sagen, dass du keine haben wirst? Ich werde keine haben, weil ich es nicht möchte. Und trotz ihrer Erregung musste Anna lächeln, als sie den naiven Ausdruck von Neugier, Verwunderung und Entsetzen auf Dollys Gesicht sah. Mir hat der Arzt gesagt, nach meiner Krankheit, »Gibt es nicht«, sagte Dolly mit weit aufgerissenen Augen. Für sie war das eine der Entdeckungen, deren Folgen und Folgerungen so ungeheuer waren, dass im ersten Moment nur das Gefühl aufkam, das sei gar nicht zu fassen. Darüber müsse erst lange, sehr lange nachgedacht werden. Diese Entdeckung, eine jähe Erklärung für die ihr bislang unverständlichen Familien, die nur ein oder zwei Kinder hatten, rief so viele Gedanken, Überlegungen und widersprüchliche Gefühle in ihr hervor, dass sie nichts zu sagen wusste und nur mit weit aufgerissenen Augen Anna verwundert anschaute. Das war es, wovon sie heute noch unterwegs geträumt hatte, aber als sie nun erfuhr, dass es möglich sei, war sie entsetzt. Sie fühlte, dass es eine zu einfache Lösung eines zu komplizierten Problems war. »Nesse pa' immoral«, sagte sie nur nach einigem Schweigen. »Wieso? Überlege doch, ich habe bloß die Wahl, entweder schwanger zu sein, also krank, oder die Freundin und Gefährtin meines Mannes zu sein. Und mein Mann ist da ja ohnehin, sagte Anna in absichtlich oberflächlichem und leichtfertigem Tonfall. Ja schon. Ja schon, meinte Darja Alexandrovna, da sie nun die Argumente hörte, die sie sich selbst oft anführte und sie nicht mehr so überzeugend fand wie zuvor. Für dich, für andere, sagte Anna, als erriete sie ihre Gedanken, kann es noch Zweifel geben. Für mich aber, begreif doch, ich bin nicht seine Ehefrau. Er liebt mich, solange er mich liebt, ja. Und womit stütze ich seine Liebe? Damit? Sie hielt sich die weißen Hände vor den Bauch. Ungewöhnlich rasch, wie es in Augenblicken der Erregung vorkommt, drängten sich Gedanken und Erinnerungen in Darja Alexandrovna's Kopf. Ich konnte, dachte sie, für Stiva nicht anziehend bleiben, er ging fort von mir zu anderen. Auch jene erste, für die er mir untreu wurde, hielt ihn nicht damit, dass sie stets schön und vergnügt war. Er ließ sie sitzen und nahm sich die nächste. Sollte Anna Graf Wronski wirklich damit anziehen und halten können? Falls er das suchen sollte, wird er Toiletten und Verhaltensweisen finden, die noch anziehender und vergnüglicher sind. Wie weiß und herrlich auch ihre Arme sein mögen, wie schön ihre volle Gestalt, ihr erhitztes Gesicht unter den schwarzen Haaren. Er wird noch etwas Besseres finden. Genauso wie mein abscheulicher, kläglicher und lieber Mann es sucht und findet. Dolly gab keine Antwort und seufzte nur. Anna bemerkte diesen Seufzer, der Widerspruch andeutete und fuhr fort. Sie hatte noch einen Vorrat an weiteren Argumenten derart starken, dass ihnen nichts entgegenzusetzen war. Du sagst, das sei nicht recht. Aber das muss man doch vernünftig durchdenken, fuhr sie fort. Du vergisst meine Situation. Wie kann ich Kinder wollen? Ich spreche nicht von den Schmerzen, die fürchte ich nicht. Überleg doch, was wären meine Kinder? Unglückliche Kinder, die einen fremden Namen tragen. Allein durch ihre Geburt befänden sie sich in der Zwangslage, sich ihrer Mutter, ihres Vaters und ihre Geburt schämen zu müssen. Aber dafür ist ja auch die Scheidung notwendig. Doch Anna hörte sie nicht. Sie wollte sämtliche Beweisgründe vorbringen, mit denen sie sich so oft zu überzeugen versuchte. Wozu ist mir mein Verstand gegeben, wenn ich ihn nicht dazu verwende, keine Unglücklichen in die Welt zu setzen? Sie schaute Dolly an, aber ohne eine Antwort abzuwerten, fuhr sie fort. Ich würde mich stets vor diesen unglücklichen Kindern schuldig fühlen, sagte sie. Wenn es sie nicht gibt, sind sie zumindest nicht unglücklich. Doch wenn sie unglücklich sind, ist es allein meine Schuld. Die gleichen Beweisgründe hatte Daria Aleksandrovna sich selbst oft angeführt. Jetzt aber hörte sie sie und verstand sie nicht. Wie kann man schuldig sein vor Wesen, die gar nicht existieren, dachte sie. Und auf einmal kam ihr ein Gedanke. Könnte es in irgendeinem Fall für ihren Liebling Grisha besser sein, dass er nicht existierte? Und das kam ihr so aberwitzig, so absonderlich vor, dass sie den Kopf schüttelte, um diesen wirbelverworrener, verrückter Gedanken zu zerstreuen. Nein, ich weiß nicht. Das ist nicht recht, sagte sie nur mit einem Ausdruck von Abscheu im Gesicht. Ja, aber vergiss nicht, was du bist und was ich bin. Und außerdem fügte Anna noch an, als ob sie trotz ihrer reichen und Dollys armseliger Beweisgründe doch zugebe, dass es nicht recht sei. Vergiss die Hauptsache nicht, dass ich mich jetzt nicht in der gleichen Situation befinde wie du. Für dich stellt sich die Frage, ob du keine Kinder mehr haben möchtest und für mich, ob ich welche haben möchte. Und das ist ein großer Unterschied. Verstehst du, ich kann das nicht wollen in meiner Situation. Daria Alexandrovna widersprach nicht. Sie hatte plötzlich das Gefühl, schon so weit weg zu sein von Anna, dass zwischen ihnen Fragen lagen, über die sie sich nie einigen könnten und über die sie besser nicht redeten. 24. Umso mehr müsstest du deine Situation in Ordnung bringen, wenn möglich, sagte Dolly. Ja. Wenn möglich, sagte Anna plötzlich mit ganz anderer leiser und trauriger Stimme. Ist denn eine Scheidung unmöglich? Man sagt mir, dein Mann sei einverstanden. Dolly, ich möchte nicht darüber sprechen. Gut denn nicht, sagte Daria Alexandrovna rasch, da sie Annas leidenden Gesichtsausdruck bemerkte. Ich meine nur, dass du alles zu düster siehst. Ich? Ach, woher? Ich bin sehr vergnügt und zufrieden. Du siehst ja, ich mache sogar Eroberungen. Wislowski? Ja, um die Wahrheit zu sagen, mir gefällt Wislowskis Ton nicht, sagte Daria Alexandrovna, um das Thema zu wechseln. Ach, woher? Das kitzelt Alexei sonst nichts. Er ist ein kleiner Junge und ganz in meiner Hand. Verstehst du, ich lenke ihn, wie ich will. Er ist so etwas wie dein Grischer. Dolly, ihr Tonfall änderte sich jäh. Du sagst, ich sehe alles zu düster. Du kannst das nicht verstehen. Es ist zu furchtbar. Ich bemühe mich, überhaupt nichts zu sehen. Doch mir scheint, das muss sein. Es muss alles getan werden, was möglich ist. Aber was ist denn möglich? Gar nichts. Du sagst, ich solle Alexei heiraten. Und ich dächte nicht daran. Ich und nicht daran denken, wiederholte sie und röte schlug ihr ins Gesicht. Sie stand auf, reckte die Brust, seufzte tief und ging mit ihrem leichten Gang im Zimmer auf und ab, blieb dabei manchmal stehen. Ich und nicht daran denken. Es gibt keinen Tag, keine Stunde, da ich nicht daran dächte und mir nicht Vorwürfe machte, daß ich daran denke. Denn diese Gedanken können einen um den Verstand bringen. Um den Verstand bringen, wiederholte sie. Wenn ich daran denke, kann ich ohne Morphium nicht einschlafen. Aber gut. Sprechen wir in Ruhe. Mann sagt mir, Scheidung. Erstens wird er nicht einwilligen. Er steht jetzt unterm Einfluß von Gräfin Lilja Evanovna. Daria Alexandrovna, auf ihrem Stuhl gerade aufgerichtet, folgte mit leidendem, mitfühlendem Gesicht jeder von Annas Bewegungen. Man muß es versuchen, sagte sie leise. Angenommen, ich versuche es. Was heißt das? Sie sprach offenbar Gedanken aus, die sie tausendfach durchdacht hatte und auswendig konnte. Das heißt, ich, die ihn hasst, dennoch sich schuldig fühlt vor ihm? Und für großmütig halte ich ihn ja? Ich muß mich demütigen und ihm schreiben. Nun angenommen, ich bezwinge mich, ich tue es. Entweder ich erhalte eine beleidigende Antwort oder sein Einverständnis. Schön, ich erhalte sein Einverständnis. Anna war in diesem Augenblick in der entlegenen Zimmerecke, blieb stehen und machte etwas am Vorhang vor dem Fenster. Ich erhalte sein Einverständnis, aber mein, mein Sohn, sie werden ihn mir ja nicht zurückgeben. Er wird ja aufwachsen voll Verachtung für mich, bei einem Vater, den ich verlassen habe. Begreift doch, ich liebe, glaube ich, gleichermaßen, doch beide mehr als mich selbst, zwei Wesen, Sarjoja und Alexei. Sie trat in die Mitte des Zimmers und blieb vor Dolly stehen, die Hände auf die Brust gepresst. In dem weißen Negligé erschien ihre Gestalt besonders groß und breit. Sie beugte den Kopf und blickte aus funkelnden, nassen Augen von unten herauf, die kleine, hagere, in ihrem geflickten Nachtjäckchen und dem Nachthäubchen klägliche Dolly an, die vor Erregung am ganzen Leib zitterte. Nur diese zwei Wesen liebe ich und das eine schließt das andere aus. Ich kann sie nicht vereinen und das allein brauche ich und wenn das nicht geht, so ist alles gleich, ist alles, alles gleich und wird irgendwie ein Ende finden. Und darum kann ich, mag ich nicht darüber sprechen, mach mir also keine Vorwürfe. Verurteile mich nicht. Du in deiner Lauterkeit kannst gar nicht alles verstehen, woran ich leide. Sie trat her, setzte sich neben Dolly und mit schuldbewusster Miene sah sie ihr ins Gesicht, nahm ihre Hand. Was denkst du? Was denkst du über mich? Verachte mich nicht. Ich verdiene keine Verachtung. Ich bin nämlich unglücklich. Wenn jemand unglücklich ist, so bin ich es, stieß sie hervor, wandte sich ab und begann zu weinen. Allein geblieben betete Dolly zu Gott und legte sich ins Bett. Sie hatte Anna von ganzem Herzen bedauert, solange sie mit ihr sprach. Nun aber brachte sie es nicht über sich, noch über sie nachzudenken. Ihr Heim und ihre Kinder tauchten mit besonderer für sie neuer Anziehungskraft und neuem Glanz in ihrer Vorstellung auf. Diese ihre Welt erschien ihr jetzt so lieb und wert, dass sie auf gar keinen Fall einen weiteren Tag fern davon verbringen wollte und beschloss, morgen unbedingt abzureisen. Anna hingegen nahm in ihr Boudoir zurückgekehrt ein Gläschen und träufelte ein paar Tropfen einer Arznei hinein, in der Morphium ein wichtiger Bestandteil war, schluckte sie und saß eine Zeit lang unbeweglich. Danach ging sie beruhigt, ruhigen und heiteren Gemüts ins Schlafzimmer. Als sie ins Schlafzimmer trat, sah Wronski sie aufmerksam an. Er suchte nach Spuren des Gesprächs, das sie, wie er wusste, da sie so lange in Dollys Zimmer geblieben war, mit ihr geführt haben musste. Aber in ihrem Gesicht, verhalten erregt und etwas verbergend fand er nichts außer ihrer zwar gewohnten, ihn aber immer noch betörenden Schönheit, das Bewusstsein dieser Schönheit und den Wunsch, dass sie auf ihn wirke. Er wollte sie nicht fragen, worüber sie gesprochen hatten, hoffte aber, sie würde selbst etwas sagen, doch sie sagte nur, ich freue mich, dass dir Dolly gefällt. Stimmt doch. Aber ich kenne sie ja seit Langem. Sie ist wohl ein sehr gütiger Mensch, aber über die Maßen bodenständig. Dennoch habe ich mich sehr über ihr Kommen gefreut. Er nahm Annas Hand und schaute ihr fragend in die Augen. Sie verstand diesen Blick anders und lächelte ihn an. Am nächsten Morgen brach Darja Aleksandrovna auf, trotz der eindringlichen Bitten ihrer Gastgeber. Lewins Kutscher in seinem nicht neuen Kaftan und dem fast kernerhaften Hut fuhr das Gespann von Pferden unterschiedlicher Farbe und die Kaläsche mit den geflickten Schutzblechen finster und entschlossen zur überdachten sandbestreuten Einfahrt. Es war Darja Aleksandrovna unangenehm, sich von Prinzessin Varvara und den Herren zu verabschieden. Nach dem eintägigen Aufenthalt hatten sie wie auch die Gastgeber das klare Gefühl, dass sie nicht zueinander passten und sich auch nicht sie wußte, dass nun nach Dollys Abreise niemand mehr in ihrer Seele die Gefühle aufstören würde, die bei diesem Wiedersehen in ihr hochgestiegen waren. Wurden diese Gefühle aufgestört, tat ihr das weh. Dennoch wußte sie, dass es der bessere Teil ihrer Seele war und dass dieser Teil ihrer Seele bei dem Leben, das sie führte, rasch überwuchert würde. Draußen im freien Feld fühlte Darja Aleksandrovna sich angenehm erleichtert und sie wollte schon die Bediensteten fragen, wie es ihnen bei Wronski gefallen habe, da fing auf einmal Kutscher Philipp von selber an, reich sind sie ja, aber Hafer haben sie nur drei Maas hergegeben, bis zum Hahnkrähen war alles weggeputzt, wir sind schon drei Maas, bloß ein Appetit haben, der Hafer kostet heut bei Herbergswerten 45 Kopeken, bei uns kriegen Pferde von auswärts so viel zu futtern, und seine Pferde haben sie dir gefallen, fragte Dolly, die Pferde 1a, ach das Essen, gut, aber ansonsten kam es mir irgendwie fad vor, Darja Aleksandrovna, ich weiß nicht, ob Ihnen auch, sagte er, sein schönes und gutmütiges Gesicht zu ihr umgewandt, ja mir auch, was ist, schaffen wir es bis zum Abend, müssten wir schon. Nach Hause zurückgekehrt fand Darja Aleksandrovna alle durchaus wohlbehalten und ganz artig vor, und sie erzählte höchst lebhaft von ihrer Reise, davon, wie gut sie aufgenommen worden sei, vom Luxus und geschmackvollen Leben der Wronskis und von ihren Vergnügungen, und sie ließ nichts auf die Wronskis kommen. Man muss Anna und Wronski kennen, und ihn habe ich jetzt besser kennengelernt, um zu begreifen, wie lieb und rührend sie sind, sagte sie, nun schon vollkommen aufrichtig. vergessen.